Podcast Sounds – Neues aus den Studios von B&B Medien Herr Berghoff, von der G-Data Cyber Defense AG über die aktuellen Bedrohungen im Internet gesprochen und wie man sich davor schützen kann. Herr Berghoff, was ist denn Phishing eigentlich? Beim Phishing treten Kriminelle meistens per E-Mail mit einem potenziellen Opfer in Kontakt, das Informationen oder Daten besitzt, die der Angreifer gerne hätte. Also Passwörter, Kreditkartennummern, Adressen und so weiter. Denn diese Daten, die lassen sich auf den entsprechenden Plattformen ganz wunderbar zu Geld machen. Und dadurch entstehen auch extrem hohe finanzielle Schäden. Da reden wir im weltweiten Kontext über Milliardenbeträge. Und teilweise bestanden über 70 Prozent des weltweiten E-Mail-Aufkommens ausschließlich aus Phishing-Nachrichten. Warum ist diese Methode denn immer noch so erfolgreich? Kriminelle geben sich oft als jemand aus, dem das potenzielle Opfer vertraut oder den das potenzielle Opfer bereits kennt. Damit ist von vornherein die Hemmschwelle schon ganz massiv gesenkt, irgendwo Daten einzugeben oder irgendwelche Dateien zu öffnen. Denn ganz ehrlich, einem Wildfremden würde ja auch keiner so einfach seine Passwörter oder anderen sensiblen Infos verraten. In der Praxis sehen wir aber auch oft E-Mails, die angeblich von der Hausbank stammen und die um die Bestätigung von irgendwelchen Daten bitten. Wir sehen aber auch genauso gut in Betreffzeilen Sachen wie angebliche Schreiben vom Anwalt oder letzte Mahnung oder sowas. Hier setzen Kriminelle ihre Opfer dann auch ganz gezielt unter Druck. Warum ist es so schwer, diese Masche in den Griff zu bekommen? Phishing nutzt einige völlig normale menschliche Verhaltensweisen aus, die jeder von uns mich eingeschlossen hat. Dazu gehören Sachen wie Neugier oder Hilfsbereitschaft, aber auch eben das Bedürfnis, allem irgendwo aus dem Weg zu gehen, das unangenehm oder negativ ist. Das gilt im privaten Bereich, das gilt aber auch genauso gut im geschäftlichen Bereich. Und wenn es angeblich etwas eigentlich ziemlich Teures, also zum Beispiel Markenkleidung oder irgendwelches Parfüm oder so, irgendwo umsonst oder ganz stark vergünstigt gibt, dann sind viele auch sehr schnell mit bei der Sache. Woran kann ich denn so eine Phishing-Mail erkennen? Massenhaft verschickte Phishing-Mails sind häufig erkennbar an zum Beispiel einer falschen Anrede. Da steht dann statt, sehr geehrter Herr Mustermann, sowas wie lieber Kunde oder so. Auch wenn in der Mail mit richtig viel Nachdruck gefordert wird, sofort und ganz schnell irgendwo auf eine Internetseite zu gehen und da Daten einzugeben oder irgendeinen Dateianhang zu öffnen, dann sollte man auf jeden Fall schon mal stutzig werden. Und gleichzeitig sind aber wirklich gut gemachte Phishing-Mails richtig, richtig schwer zu erkennen. Vor allem, wenn man sich in einem geschäftlichen Umfeld bewegt, wo man als Mitarbeiter vielleicht jeden Tag Dutzende von ganz normalen und legitimen E-Mails bekommt. Wer ist denn besonders durch diese betrügerischen Mails gefährdet? Phishing ist ein ziemlich allgemeines Phänomen, von dem jeder betroffen ist, der eine Mailadresse besitzt. Und wer in gutem Glauben jeden Mail-Anhang öffnet und auf jeden Link draufklickt, der setzt sich da natürlich auch einem ziemlich großen Risiko aus. Das muss man ganz deutlich sagen. Selbst die Tageszeit kann eine Rolle spielen dabei, ob eine Phishing-Mail jetzt erfolgreich ist oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist an einem ruhigen Dienstagmorgen wesentlich geringer als an einem total hektischen Freitagnachmittag, wo alle nur noch nach Hause wollen, weil das Wochenende vor der Tür steht oder man am nächsten Tag in Urlaub fährt. In solchen Stresssituationen ist die eigene Wachsamkeit sehr, sehr stark herabgesetzt. Und was kann jetzt eine Privatperson oder eine Firma am besten tun, um sich davor wirklich zu schützen? Klar kann man immer wieder sagen, woran man eine Phishing-Mail erkennt und dass man keine unbekannten Dateianhänger aufmachen soll und so weiter. Aber auf Dauer hilft das nicht wirklich. Gerade in einem beruflichen Umfeld ist es am sinnvollsten, wenn Mitarbeiter die Chance haben, direkte praktische Erfahrungen mit solchen Phishing-Mails zu machen, ohne dabei tatsächlich ein Risiko einzugehen. Und für solche Fälle gibt es sogenannte Phishing-Simulationen, die im Prinzip genau das machen. Da bekommen dann Mitarbeiter über mehrere Wochen immer wieder gefälschte Phishing-Mails in ihr E-Mail-Postfach. Und am Ende dieser Simulation bekommt jeder einzelne Teilnehmer auch ganz gezieltes Feedback, wie er oder sie sich so in den letzten Wochen geschlagen hat und wo man vielleicht irgendwo noch nachbessern kann. Und davon kann jeder profitieren, übrigens auch im privaten Bereich. Vielen Dank, Herr Berghoff. Weitere Informationen, wie Sie sich vor Schadprogrammen schützen können, finden Sie unter gdata.de. Wirkliche. 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 Vielen Dank.